Wir gehen zurück in die Klonkriege mit der heutigen Folge von Ahsoka Folge 5 Shadow Warrior. Und das ist die Ahsoka After Show, wo wir über Spoiler, Theorien, alles mögliche reden. Meine Meinung zu Folge 5 von Ahsoka gibt es jetzt. Ja, Folge 5 von Ahsoka war was Wildes. Ich bin um halb 8 aufgewacht, natürlicherweise, ohne Wecker zum Glück. Und dann habe ich mich direkt hingesetzt und die Folge geschaut, weil ich bin auf Twitter gegangen und ich habe schon gesehen, Leute posten schon Sachen, ich wurde zum Glück nicht gespoilert, auf keine Art und Weise. Aber trotzdem, ich wollte sicher gehen und dann habe ich mir die Folge direkt angeschaut. And it was wild. Also es ist eine sehr, sehr wilde Folge. Ich habe ja sehr viel spekuliert und sehr viel theorisiert letzte Woche, ähm, was jetzt passieren könnte und was das, ähm, was Anakin ist und was tut er hier und bla 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 und bla. Äh, sehr viel gelabert. Ähm, teilweise irgendwas bestimmt davon richtig gewesen. Können wir gleich ein bisschen drüber gehen. Davor schauen wir uns einmal, ähm, das Bingo an. Weil ich kann eine neue Sache nämlich durchstreichen, nämlich Flashback und Force Vision kann ich durchstreichen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich Jason Syndulla Jedi Training durchstreiche. Es ist kein Jedi Training. Aber er benutzt die Macht. Und deswegen, ich will es durchstreichen, aber ich warte mal noch die Staffel ab. Vielleicht. Ähm, meine einzige Chance, dass ich ein Bingo kriege, glaube ich, ist entweder Sabine is in Fact Force Sensitive oder No Happy End. Ezra is Found Before the Finale könnte auch sein. Der Sepp Cameo ist, glaube ich, mittlerweile raus. Der hätte, wäre sonst schon passiert, glaube ich. Also ich glaube No Happy End oder Ezra oder Sabine. Ach, schwierig. Schwierig, was man, äh, was man mir das Bingo geben könnte. Vielleicht kriege ich auch ein Double-Tribble-Bingo. Who knows? Ähm, naja, reden wir auf jeden Fall über diese Folge von Ahsoka. Also es fängt an mit Hera, die jetzt auf dem Planeten landet und nichts mehr findet und niemand ist mehr da. Hu Yang ist noch da, auf den trifft sie. Ähm, als ich die ganze Zeit komisch finde, ich denke mir, wieso hast du dein Kind dabei? Aber jetzt wissen wir warum. Because it was important for the plot. Äh, so thank you. Ähm, sie trifft auf Hu Yang, der so gesagt hat, ich hab ihnen gesagt, sie sollen zusammenbleiben und sie hören mir nicht zu, blablabla. Sehr tragisch. Und er hatte einen Helm von Sabine in der Hand. Ähm, und dann sagt sie so, yo, okay, wo, wo sind, wo, wo sind die, wo ist Ahsoka? Und dann cutten wir zu Ahsoka in der World Between Worlds oder was auch immer es ist. Ich glaube, es ist so ein bisschen, so eine Mischung aus tatsächlich die World Between Worlds und es ist einfach alles in ihrem Kopf. Ähm, aber Jason konnte die Lichtschwerter hören, was für mich bedeutet, dass es nichts ist in ihrem Kopf, sondern, dass es doch irgendwie tatsächlich, also zumindest in der Macht passiert ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich so die World Between Worlds war, aber nicht, dass sie da in einem Portal hingegangen ist, sondern dass sie da einfach spirituell gelandet ist. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube auch nicht, dass es Anakin als Force Ghost war, sondern, weil er ja auch auf einmal in ihrer, in ihren, ähm, Erinnerungen aufgetaucht ist. Ich glaube, es ist eher so ein, so Anakin in ihrem Kopf, aber die Macht, also die Macht hat Anakin, also die Macht will ihr was zeigen und sie selbst muss noch was lernen. Ähm, aber es manifestiert sich in Form von Anakin. Also ich glaube, es ist kein Machtgeist, es war kein Anakin aus der Vergangenheit. Wir wissen es nicht, es ist, hm, also es ist kein Anakin aus der Vergangenheit. Definitiv das nicht. Aber, so, ob es ein Machtgeist ist, ob es der Spirit von Anakin ist, oder ob es nur die Macht oder alles in ihrem Kopf ist. Also ich finde es schön, dass es so ein bisschen vage gelassen wird, aber, ja, mein großer Kritikpunkt an der Folge, ich hätte mir viel, viel mehr in der World Between Worlds gewünscht. Nicht aus dem Grund, weil ich mehr Flashbacks haben wollte, das auf gar keinen Fall. Sondern ich hätte gerne mehr Ahsoka und Anakin, die reden, gehabt. Weil die Beziehung zwischen den beiden ist jetzt nicht besser geworden dadurch. Also, ähm, das Verhältnis, finde ich, also kein bisschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schlechter geworden. Ich weiß es nicht. Ähm, generell finde ich, es kam kein bisschen rüber, was jetzt, wofür diese World Between Worlds Sequenz da war, außer uns Flashbacks zu zeigen. Weil, was hat Ahsoka gelernt? Ich finde, es ist so, ich konnte, ich habe mir auch Videos angeschaut so bisher, so Reactions und auch so auf Twitter, keiner kann mir sagen, was die Lektion war, die Anakin Ahsoka zeigen wollte. Und ich, also es ist komplett unklar, was, so live or die, okay, sie kann zurück ins, also sie ist maybe tot gerade oder so on the edge, so ein bisschen wie Harry Potter mit Dumbledore. So, äh, ja, du, wenn du weiterleben willst, dann choose to live, so ungefähr. Das ist so dieses, diese Challenge, die sie hat. Aber dann, er meinte, er vollendet ihre Ausbildung, aber ist, also, er hat noch eine Lektion, aber was lernt sie? Ich verstehe es nicht. Weil die Flashbacks sind so sehr darauf fokussiert, dass Ahsoka nicht kämpfen will und dass sie kein Krieger sein will. Und, ähm, dass sie irgendwie, also, sie findet es ja schrecklich, äh, dass sie im Krieg ist. Wird sie das auch ihrem Padawan beibringen? Ich, dann hat sie aber auch diesen Satz von wegen, ähm, weil Anakin sagt, alles, was in mir ist, ist auch in dir. So von wegen, oh mein Gott, diese Dunkelheit. Und dann ist er so, ach, das ist das, worum es dir hier geht, so. Und sie so, hä? Und dann kämpfen sie auf einmal wieder. Und er so, du hast gar nichts gelernt. Und ich denke mir, was hätte sie lernen sollen? Weil, Anakin, du warst nicht sehr präzise in dem, was du ihr irgendwie beibringen wolltest. Das fand ich sehr, sehr merkwürdig. Also, ich verstehe es nicht. Ich warte auf eine gute Erklärung. Äh, da ist einfach irgendwie sehr viel verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht. Dementsprechend, ich hätte mir gern mehr Konversationen gewünscht zwischen Anakin und Ahsoka, dass sie ihre Probleme so ein bisschen lösen. Stattdessen war es irgendwie einfach halt sehr viel einfach Lichtschwertkampf und flashy Lightsaber-Battles. Und ich will jetzt nicht Fanservice sagen, aber irgendwie schon. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so gebraucht hätte. Mir hätte auch einfach gereicht, wenn Anakin und Ahsoka da sitzen und reden. Ähm, über ihre Vergangenheit und alles. So, warum? Äh, ich verstehe nicht, was die Lektion für Ahsoka war. Dass sie sich nicht von Krieg definieren lassen soll, maybe? Oder von Kämpfen? Vielleicht das? Weil sie hat jetzt auch nicht losgelassen von Anakin oder irgendwie sowas, was meine Theorie ja war, von wegen, dass sie diese ganze Schuld und so, die sie mit sich trägt, dass das irgendwie, ähm, ihr, ihr, großes, äh, ihre große Challenge sein wird. I don't know. I don't know. Also, hm, irgendwie komisch. Weil sie hatte dazwischendurch die Vision von Vader und es ist sehr viel passiert, aber irgendwie nichts, was so richtig konkret ist. Und deswegen, ich warte auf eine gute Erklärung. Ich brauch so, so eine Gallery-Episode, wo Dave Filoni sich hinsetzt und sagt, das wollte ich damit aussagen. Weil es ist leider echt nicht rübergekommen, finde ich. Ähm, bis auf das, dass wir coole Flashbacks hatten, die auch so halb cool waren. Ähm, soll ich erst über World Between Worlds und alles reden? Ich glaube, ich rede erst mal darüber. Äh, ja, genau. Also, wir haben dann direkt am Anfang so einen Kampf, wo ich mir da so dachte, okay, also will er einfach Ahsoka testen. Ähm, und dann lässt er sie aber so in die Vergangenheit fallen, indem er diese Brücke da durchhaut, was hat mich sehr überrascht, fand ich sehr cool, dann fällt sie da runter und dann sieht man eine jüngere Ahsoka. Ich hab's sofort erkannt. Als sie da auf dem Boden lag und langsam aufgewacht ist, ich so, das ist nicht das Kostüm von Rosario Dawson, es sieht nicht aus wie Rosario Dawson und dann hat man, ähm, Ahsoka von Namen gesehen und es war Ariana Greenblatt, die in, ähm, Barbie, äh, die Tochter spielt und auch in Avengers Endgame die junge Gamora gespielt hat und da gab's ja eh schon Rumors davor, ob Ariana Greenblatt das spielen soll. Es gab auch noch eine andere Schauspielerin, die, ähm, spekuliert wurde, irgendwie Savannah irgendwas, die in House of the Dragon mitgespielt hat, aber die ist 27, also es hätte mich sehr gewundert. Ariana Greenblatt, ich find, es ist für den ersten Flashback eine sehr gute Wahl, weil sie extrem jung aussieht, also sie sieht halt aus wie 10, basically. Ähm, klar, sie ist 14 im, äh, in den ersten zwei Clone Wars Staffeln, so ungefähr. Sie ist 14, also extrem, extrem jung, aber, ich weiß nicht, also, für den Siege of Mandalore Flashback, girl, no, das, also die 17 oder 18, nehm ich dir nicht ab. Ähm, die Schauspielerin ist 16, also, extrem jung, aber sie sieht in dem Ahsoka Makeup und auch so, wie sie es gespielt hat, extrem jung, also mehr so Richtung 12, finde ich. Ähm, was aber gut ist für den ersten Flashback, dass man überhaupt, also, in Clone Wars merkt man es nicht so, dass es wirklich so ein Kind ist, aber hier, wenn man es so sieht, man merkt einfach, es ist ein fucking Kind. Und das find ich crazy, das find ich gut. Die Umsetzung von Ahsoka, also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass für Lucasfilm Ahsoka Tano das schwierigste Character Design auf diesem kompletten Planeten ist und sie ist einfach jedes Mal, wenn sie es auf neu versuchen, nicht hinkriegen, diesen Charakter, wie den Charakter aussehen ist. Also, schon, aber es ist, also, ich weiß nicht, Ariana Greenblood, sie hat vor allem den ersten Flashback über den Siege of Mandalore Flashback, das ist was komplett anderes, weil ich finde, das war, hat nicht gepasst. Der erste Flashback hat gut gepasst, hat sie gut gespielt, so vom Charakter, vom Spirit her, war gut Ahsoka. Das Kostüm, sie haben so dieses Tales of the Jedi Kostüm genommen, weil sie nicht dieses Tube Top, das ist Redcon, glaube ich, mittlerweile, dass Ahsoka das jemals anhatte, weil es auch sehr, also das ist, ich weiß nicht, ist sehr controversial. Sie hat das Tales of the Jedi Outfit, das heißt, es ist so eine Mischung aus Staffel 2 und Staffel 3 vom Look her und auch vom Alter her, vielleicht so 13. Dann sagt sie aber, es ist eine ihrer ersten Missionen mit Anakin, also muss es doch eher, nee, 15 meine ich, nicht 13, eine ihrer ersten Missionen, also müsste sie doch eher so Anfang der Klonkriege 14 sein, also müsste sie noch, also über das Outfit, das ist canonically, we don't know where it fits, ähm, die Leku, ich bin ja immer großer Leku-Hater und Criticist und wir erinnern uns alle an meine Review von Staffel 2 von Mandalorian, Folge 5 oder 6 mit Ahsoka, wie ich diese Folge gehatet hab und auseinandergenommen hab für dieses schreckliche Character Design und auch lange danach noch, it was horrible. Mittlerweile, ich mag die Leku von Ahsoka, it's still not perfect, but we're on a very, very, very good way. Ähm, aber jetzt so dieser Flashback, da denk ich mir, hättet ihr nicht das Headpiece aus Mandalorian oder Book of Boba Fett nehmen können? Es hätte mehr gepasst. So der erste Flashback war noch gut, war noch gut. Ich find trotzdem irgendwie, es war nicht, es hat mich so, es hat mich sehr rausgeworfen, vielleicht einfach, weil es sehr ungewohnt ist, so eine noch jungen, jetzt hat man sich so an Rosario Dawson gewöhnt und an den Look und das Kostüm und das Design und dann so komplett, boom, das komplette, andere Schauspielerin, anderes Kostüm, komplettes, anderes Alter, ähm, nochmal was komplett anderes. Ich glaub, es ist einfach sehr ungewohnt, aber ich finde alles in allem ganz gut trotzdem. Also es ist vor allem so die Silhouette, perfekt von der Seite, auch das Side-Profile von Ariana Greenblatt, crazy accurate zu Clone Wars Ahsoka von der Seite. Ähm, ich glaub, es ist einfach gewöhnungsbedürftig, aber ich glaub, wir sehen sie auch nie wieder. Also, ich glaub, das ist auch, der Zug ist, glaub ich, auch abgefahren, dass wir jetzt nochmal irgendwann Ahsoka-Flashback kriegen. Vielleicht, ich glaub nicht in der Serie, kann ich mir nicht vorstellen. Dann, ähm, der Siege of Mandalore-Flashback, ah, wobei, reden wir da kurz darüber, da ist sie dann so bei den Klonen und dann so, oh, ich hab diese, ich hab die Kommandos erteilt und wegen mir sind sie gestorben und so und Anakin ist so, ja, wir sind Anführer und das heißt nicht, dass man keine Fehler machen kann und ich bilde dich aus hier für einen Krieg und dies, das, tralala. Ähm, und sie so, ja, aber ich, davor würde ich nicht ausgebildet und ich will nicht mehr kämpfen, ähm, aber tatsächlich, Ahsokas komplettes Leben besteht aus Kämpfen, deswegen, es ist sehr, ich weiß nicht, ich nehme mal an, die Message soll sein, dass sie sich nicht von Kampf oder Krieg definieren lassen soll oder sie immer den Nächsten suchen soll, so ein bisschen, weil sie, es gibt ja auch diesen Satz in Clone Wars Staffel 7 in der Order 66 Folge, wo sie sagt, ähm, we were trained to be keepers of the peace, not soldiers, but all I ever did since I was a kid was being a soldier oder irgendwie sowas. Also das ist halt einfach so, dass das so ihr, ihr, ihr Leben irgendwie halt so ist, aber dann verstehe ich nicht, dass sie jetzt trotzdem noch weiterhin nach, nach Thrawn hinterher ist und weiterhin diesen Kampf angehen will, wenn das die Message sein sollte, deswegen, ich glaube nicht, dass es die Message ist. Ich weiß es nicht, ich warte auf irgendein Video von Star Wars Explained oder sowas, weil der kriegt sowas immer ziemlich gut hin. Ähm, der Siege of Mandalore Flashback, oh, wir haben Rex kurz gesehen, natürlich, in dem ersten Flashback. Ähm, der Siege of Mandalore Flashback, da, also da finde ich, hat Ariana Greenblatt halt gar nicht mehr gepasst, weil sie zu jung aussah. Ähm, das Charakter, also das Outfit haben sie ganz gut hinbekommen. Ähm, auch die Kämpfe sahen sehr cool aus, man hat die Maul DeLoreans gesehen, sehr, sehr cool. Die Leku sind, also, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Warum, was haben sie für Probleme damit? Weil die waren ja jetzt wieder viel zu kurz. Also, ja, ich meine, wir haben jetzt so, mit der Erwachsenen Ahsoka haben wir ungefähr das Level von den Rebels Leku, ungefähr, dementsprechend, sie hätten in dem Siege of Mandalore, hätten sie schon noch deutlich länger sein können. Das, sowas sind so Sachen, die werfen mich einfach immer raus. Ähm, ich habe auch schon Edits gemacht, wie es besser aussehen würde. Es sieht extrem besser aus. Ähm, naja, und dann taucht Anakin auf einmal auf und da hatten wir auch nochmal Rex kurz. Ähm, sehr ungewohnt mit der Stimme von Tamara Morrison, ich finde, das passt nicht. Es war sehr wooden irgendwie. Und dann kam Hayden und dann so, oh ja, ich kenne dieses, ich kenne das Battle gar nicht, was ist das hier? Oh ja, Siege of Mandalore, da hatten wir uns schon unsere Wege getrennt, so. Ähm, und dann reden sie über die Legacy der Masters und das, was bei mir drin ist, ist auch in dir. Und sie so, ja, aber du bist basically ein Sith Lord geworden und, äh, bist extrem dark und powerful. Mehr, als wir alle gedacht haben. Und er so, ach, hä, darum geht's dir hier so basically? Und dann so, du hast nichts gelernt und dann will er sich umbringen basically. Äh, und er so, live or die. Und sie so, no. Und er so, falsche Antwort. Und dann fängt er einfach an, mit ihr wieder zu kämpfen, was ich, also das, das verstehe ich nicht ganz, ähm, was, was das sein, was der Sinn dahinter ist. Ähm, I thought very much about it. It doesn't, hm, ich weiß es nicht. Ähm, und dann hat man wieder den Kampf von Rosario gegen Hayden, der sehr cool war. Also die, in der World Between Worlds an sich, die Kämpfe, die sahen extrem gut aus. Ich fand die Choreografie von, ähm, der jungen Ahsoka auf, auf Siege of Mandalore fand ich auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Was mich nach wie vor stört, ist, dass sie nach wie vor Ahsokas, ähm, Rückgriff vom Schwert sozusagen einfach nicht machen. Ähm, Siege of Mandalore hat sie sehr viel nach oben gekämpft, sag ich mal, mit den Schwertern. Aber vor allem in dem ersten Clone Wars Flashback macht sie ihr Schwert an, auch nach oben. Hätte nach hinten sein müssen, sorry. Ganz ehrlich, wirklich, da bin ich, da bin ich kritisch bei sowas. Ähm, Aber was mich grundsätzlich, ich, diese Clone Wars Flashback, ich weiß, es sind halt Flashbacks, die, ich finde, sie sagen mir aber nichts. Also, warum musste man Siege of Mandalore sehen? Ich weiß es nicht. Also, hm, das hab ich nicht verstanden. wieso? Außer Fanservice. Ähm, du hättest auch irgendeinen anderen Moment zeigen können als Flashback, so wie der Flashback in Kenobi, den fand ich sehr, sehr gut, weil der Story-Relevanz hatte. Aber Siege of Mandalore zu zeigen, vielleicht im Kontrast halt mit ihrem ersten Kampf und dann ist sie jetzt halt, wie Anakin dann auch so, jetzt bist du eine Kriegerin, weil es dein letzter Kampf war sozusagen, der erste und der letzte so ein bisschen. Aber, ich weiß es, hm, hm, ich finde, das hätte man irgendwie, hätte man schöner machen können. Aber grundsätzlich, was mich an diesem optisch extrem gestört hat, man hat The Volume so krass gesehen in dieser, in, in den Flashbacks und das alles in Rauch gehüllt war. es sah so krass nach einem High-Budget-Fanfilm aus. Wenn Ahsoka dann so stand, dann sieht sie da alles und dann die Explosion einfach immer nur so im Rauch. Das hat mich extrem gestört, so lass uns was sehen. Ähm, weil es sah echt, also, es war messy und es sah nicht so schön clean irgendwie. also, es war, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hat mir optisch nicht so gefallen, die Choices, die da gemacht wurden. Ähm, dass, auch dieses, ich glaube, es soll Ryle-Off sein, es war ein sandiger Boden, ganz viel Rauch und so ein paar Explosionen im Hintergrund. Also, das finde ich eben schade, dass das einfach nur so, ähm, nichts war wirklich, äh, wo sie da gekämpft haben und dass das visuell kein bisschen ansprechend war für mich, äh, zum Anschauen, dass man nichts von der Welt drumherum gesehen hat. Das fand ich sehr, sehr schade. Ähm, und wie gesagt, es sah sehr nach einem High-Budget-Fanfilm aus, aber jetzt nicht auf eine gute Art und Weise. Äh, leider. Ich finde, das hätte man einfach ein bisschen von der visuellen Direction, hätte man das ein bisschen anders gestalten können, finde ich, oder schöner gestalten können. Ähm, mit diesem ganzen Rauch, das war mir ein bisschen too much irgendwie. Aber, okay, okay, äh, das ist so, müssen wir mit leben. Ähm, insgesamt cool mit diesen Flashbacks und mit den Klonen war einfach, es war natürlich, es ist ein Nerdgasm natürlich, sowas zu sehen. Auch wenn ich jetzt hier viel kritisiere über die Looks oder über die Hintergründe, egal ob Greenscreen oder Volume, dass es einfach sehr flat und fake aussah. Auch wenn ich da viel kritisiere, es war natürlich trotzdem geil, diese Flashbacks zu sehen. Ich verstehe noch nicht hundertprozentig die Message, was Anakin ihr damit zeigen wollte und was sie daraus gelernt hat und warum sie jetzt so viel weiser ist. Ähm, und dann sagt er am Ende, oh, es gibt doch noch Hoffnung für dich, weil sie vielleicht nicht versucht hat, ihn umzubringen, sondern sein Schwert weggeworfen hat. Ich weiß es nicht, was Anakin machen wollte. Er hat interessante Teaching Methods auf jeden Fall anscheinend. Ähm, dann wird sie rausgezogen aus dem Wasser. Und, ähm, jetzt können wir über die ganzen Hera und Jason Sachen reden. Also, dass Jason so Ahsoka gespürt hat und die Lichtschwerter gehört hat und sowas. Richtig, richtig geiler Moment. Dass, als Hera mit Carson da die ganze Zeit redet und Jason so, Mom, Mom, Mom. Und sie so, wait, 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 wait. Und dann so, the water. Und sie so, do you hear it? Und sie so, okay. Und dann hört man die Lichtschwerter. Das finde ich voll cool. Also, das war ein richtig, richtig geiler Moment. Ähm, und dass die Neue Republik, dass sie basically Hera so, ich dachte erst, sie wollen sie gefangen nehmen und Hera kommt ins Jail, so ungefähr. Aber nein, sie, ähm, sie muss vor ein Tribunal und es wird jetzt entschieden, ob ihr, ihr Rang ihr aberkannt wird. Und es wurde Senator Organa, Leia wurde genamedroppt. Ich hab's auch erst gar nicht gecheckt. Ich so, Senator Organa. Ich musste erst so nachdenken. Oh yeah, that's Leia. Ähm, ich hab ein bisschen Angst, ob wir Leia nächste Folge sehen, ganz ehrlich. Ähm, oder bei diesem Tribunal, ob Leia da vorkommt. Ich hab, weil Senator Organa hat für, äh, für Hera gecovert. Und dann kamen trotzdem die Schiffe und dann hat Monmouth mal gesagt so, yo, du musst Ahsoka mitnehmen, du brauchst ihr, ihre Aussage darüber, was ihr gemacht habt, weil sonst bist du einfach gearscht. Ähm, Ahsoka geht jetzt nicht mit. Vielleicht wird Hera ihr Rang entzogen und sie ist kein General mehr danach, aber ich weiß nicht, wie die Bücher oder sowas danach sie irgendwie behandelt haben. Deswegen vielleicht, äh, wer weiß. Aber grundsätzlich, Jason, richtig cool diese Folge, hat richtig gut reingepasst und dann wird Ahsoka gerettet. Sie schwebt das im Wasser. Dann wird sie gerettet. Ähm, was mich sehr an diese Trading Cards von Dave Filoni damals erinnert, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, und dann wird Ahsoka rausgezogen, dann chillt sie erstmal einen Tag, schläft, äh, und dann wacht sie wieder auf und dann hat man Ahsoka ohne das Headpiece gehabt, was extrem cool aussah, finde ich. Ich hab Leute gesehen, die haben gesagt, no, bald Ahsoka is not looking good. Ähm, ich find es sah sehr, sehr cool aus, ähm, dass man so eine Tugruta ohne so ein Headpiece mal sieht, diesen Übergang sozusagen. Ich find es sah sehr, sehr gut aus tatsächlich. Ähm, stand ihr sehr gut. Ich hab mich gefreut, dass Ahsoka was anderes anhatte. Sie hatte so Socken an, fand ich lustig. Irgendwie, keine Ahnung, hat mich, hat mich ein bisschen, fanny, 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 hat mich amüsiert. Aber dass Ahsoka da so ein bisschen die Chili, ähm, Chili-Vanilli Pyjamas ausgepackt hat und dann ist sie mit dieser weißen Decke rausgelaufen und dann dachte ich mir schon so, we are getting Ahsoka the White. Ähm, aber es war erst nur eine Decke, aber ich war mit dieser Decke schon sehr zufrieden, weil es mir, ich konnte mir vorstellen, wie Ahsoka the White aussah in dem Moment und ich dachte mir so, boah, wie cool. Kommen wir tatsächlich zu diesem Moment oder wird es nur so angeteast und dann am Ende hat man, ähm, Ahsoka in dieser weißen Robe mit neu, komplett neues Outfit und es war so schön. Also es sieht so, so gut aus und es, oh, und man hat auch direkt einen Unterschied gemerkt, wie Rosario das gespielt hat. Also, komplett anderer Charakter auf einmal, komplett, ähm, mit Leben irgendwie erfüllt und mit Humor und sie hat gelächelt und dann diese Szene von Hu Yang und Ahsoka im Schiff, wo sie dann so sagt, ja, keine Ahnung, wo uns die Pögel hinbringen, einfach mal schauen. Besser als gar nichts oder nirgendwo zu sein, besser irgendwo zu sein. Ähm, das sind so süße, schöne Momente, wo ich mir echt dachte, das ist Ahsoka und jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo Ahsoka sich auch wie Ahsoka angefühlt hat, das erste Mal und eben nicht wie diese sehr stoische, monotone Ahsoka, die wir davor hatten. Was man jetzt endlich weiß, dass das absichtlich war und einfach nicht, ähm, schlechtes Writing ähm, oder schlechte Performance, sondern dass es absichtlich war, zum Glück, weil sie eben durch diese Transformation gegangen ist, was auch immer sie gelernt hat. Lockerer zu sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Ahsoka ist ein anderer Mensch auf einmal, aber es, ähm, stand ihr sehr gut, hat sich sehr gut wie Ahsoka angefühlt und jetzt bin ich mittlerweile auch sehr an dem Punkt, wo ich mir denke, Rosario Dawson ist, ist Ahsoka jetzt so langsam. Ähm, ein bisschen schade, dass man eine halbe Staffel gebraucht hat, um zu diesem Punkt zu kommen und wir nur noch drei Folgen haben, aber hey, wenigstens für den Mandalorian-Film oder für Staffel 2 dann, keine Ahnung. Ähm, genau. Die Karte ist kaputt, sie wissen nicht, wie sie da hinkommen sollen und dann, wie ich gesagt habe, sie machen es über die Pergil. Ähm, ich hätte gedacht, sie hängen sich draußen dran, nein, sie fliegen in den Pergil rein, was mich auch überrascht hat, dass Hera nicht einfach mitgekommen ist, das hätte ich nämlich erwartet, aber nein, Hera fliegt tatsächlich nach Coruscant, das heißt, ich glaube, wir verfolgen trotzdem noch den Hera-Storyline-Ark, äh, weiterhin so nebenher vielleicht, mit ein oder zwei Szenen, um zu sehen, was da passiert. Und Ahsoka ist tatsächlich in die neue Galaxie gereist und wir haben auch gar nichts von den anderen mitbekommen, diese Folge, was ich sehr, sehr gut fand, dass es sich wirklich nur um Ahsoka gedreht hat, weil es ist letztendlich ihre Serie und, äh, dass wir da sehr viel auf sie eingegangen sind und was sie jetzt macht und sie ist jetzt auf dem Weg dorthin und die Szene, wie sie da stand, mit den Pergil kommuniziert hat, war wunderschön. Also, die sah extrem, extrem schön aus und auch wie die Pergil dann an den New Republic-Schiffen vorbeigeflogen sind und so, unglaublich schön, äh, visuell extrem, oh, hm, schön, Desktop-Hintergrund, wirklich, wie Ahsoka da steht mit den ganzen Pergil hinter sich, oh, toll, toller Moment, ähm, hab ich sie sehr, sehr geliebt, fand ich sie sehr schön und ich freu mich jetzt sehr auf nächste Folge, jetzt ist Ahsoka an dem Punkt, wo ich mir denke, let's go, ähm, so gefällt mir Ahsoka, also der Charakter, so ist gut, so machen wir weiter, jetzt kriegt sie irgendwann wahrscheinlich in den nächsten drei Folgen ihren Stab noch und dann haben wir Ahsoka The White complete und es sieht so gut aus und ich, äh, freu mich auf mehr und, ähm, ich bin gespannt, ob wir Ariana Greenblatt nochmal als Ahsoka sehen, weil ich finde, sie hat das ziemlich gut gespielt, bis auf, äh, dass ihr Alter für den späteren Flashback nicht ganz so gepasst hat, aber dann nochmal eine andere Schauspielerin zu nehmen, wäre auch dumm gewesen, äh, dementsprechend, ich verstehe schon, aber, äh, vielleicht kriegen wir nochmal einen Flashback, ähm, oder vielleicht in der zweiten Staffel oder sonst noch was, ähm, viele Leute sagen auch, hey, gib mir jetzt einen Live-Action-Clone-Wars-Film, bisschen sinnlos, aber ich nehme gerne mehr Live-Action-Clone-Wars-Content, vor allem mit höherem Budget, wenn man was Richtiges sehen kann, vor allem Hayden in der Rüstung sah extrem gut aus und auch die kürzeren Haare und so, das haben sie extrem gut hinbekommen, Rex sah extrem, extrem gut aus, ähm, und auch Ahsoka, äh, das Kostüm war wirklich gut, also, da freue ich mich, freue ich mich, wenn man mehr davon noch kriegen könnte, ich glaube, wir sehen Hayden safe nochmal, ich glaube, so als Force Ghost irgendwann so, abschließend, vielleicht in der letzten Folge oder sowas, so wie in Episode 6 macht er so Winke-Winke oder so, I don't know, sowas könnte ich mir vorstellen, ähm, oder vielleicht hat sie einfach nochmal eine Vision oder so oder hört seine Stimme, wir hatten tatsächlich die Line aus dem Trailer gar nicht dabei, also diese, ähm, mit dem You'll fight more than just droids in this war oder irgendwie sowas, I know you can do this, Ahsoka, das hatten wir gar nicht dabei, deswegen, entweder ist es gecuttet oder es ist was irgendwie aus einem späteren Flashback vielleicht nochmal, wer weiß, aber fände ich dann auch komisch, wenn man nochmal Flashbacks macht, weil wir jetzt schon Flashbacks hatten, egal, auf jeden Fall, ähm, ich freue mich sehr auf die nächste Woche, jetzt haben wir kein Trailer-Footage mehr, außer die von Thrawn, also ich glaube, nächste Woche sehen wir Thrawn das erste Mal und, ähm, ansonsten einfach mal schauen, was passiert, wahrscheinlich, Ahsoka landet da jetzt dann irgendwo, ähm, Morgan Elsbeth hat wahrscheinlich Thrawn schon gefunden, ich glaube, dass, das übersprungen wurde sozusagen, nachdem wir sie diese Folge gar nicht gesehen haben, also ich glaube, nächste Folge werden wir Thrawn mit Morgan direkt sehen, und ich glaube, Ahsoka sucht jetzt nicht nach Thrawn, sondern eher nach Ezra, ähm, um mit Ezra dann nach Sabine zu suchen, ich glaube, das wird eher so das sein, wie es jetzt abläuft, und, äh, währenddessen sehen wir, glaube ich, noch ein bisschen Hera-Zeug, mit der Neuen Republik, und vielleicht nochmal Mon Mothma, und vielleicht auch Leia, ich bin gespannt, könnte, könnte gut sein, dass sie CGI Leia machen, ähm, hoffentlich gespielt von Billy Lord dann, aber hoffentlich, genau, ähm, so viel dazu, und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge von der Ahsoka After Show, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare, und bis dann sage ich, bye bye, arrivederci, und möge die Macht mit euch sein, tschüssi!